was geht ab leute ich bin alex von monkey punch und wie ihr seht ich nehme euch heute mal wieder mit auf den tag mit mir wir gehen jetzt erst mal pumpen und danach ja mal schauen ich bin jetzt fertig mit dem training sonntags mache ich meistens so ein mischmasch also von allen muskelgruppen so ein bisschen was einfach nur um mich auf die nächste woche vorzubereiten sozusagen wo ich mich dann immer steigern werde wenn ihr mal richtige trainingsvideos sehen wollt pump videos wie auch immer mit tipps oder sonstwas schreibt es mir in die kommentare ich habe da bock drauf ich meine neben der musik kann man ja alles noch machen so lange die musik nicht in den hintergrund rutscht ist ja scheißegal nach dem training sollte man auf jeden fall gesund essen so ich war punkten ich habe alles erledigt was am sonntagmorgen so zu erledigen war und jetzt habe ich richtig 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 bock road2dj weiter zu machen weil ich weiß einfach ihr habt mir geholfen und jetzt erst mal das ebbschehen hey ihr habt mir doch nicht geholfen alter na gut danke für die kommentare aber so werde ich kein dj ja ich werde mal versuchen mir das selber dann beizubringen damit ich euch ein bisschen was bieten kann geil super freut mich